Kann sich einen Schlag blocken. Ich wüsste nicht wie tatsächlich irgendwie. Also ich weiß nicht ob er mit dem Messer das blockt. Ein Messer wäre hart. Schauen wir mal. So jetzt kannst du deine Wette schon mal raus haben Benni. Ja tut er, wenn er zuschlägt, habe ich gerade das Base gedrückt oder irgendwie nicht. Schauen wir mal bei der Lebensanzeige, da blinkt es dann auf, wenn du drücken musst. Ist er hinter mir? Oh Heimittel. Yeah Heimittel. Hurra. Hurra. Ich würde mein Geld zurück verlangen. Oh mein freches Mundwerk also ja. Also ich seht nicht, ich seht nicht. Alter, vor allem, dass ich diese Scheiße nicht hinkriege mit dem Ausweichen. Es ist doch... Mh. Mh. So wäre natürlich cool, wenn das jetzt hier ein Checkpoint wäre. Okay. Wir sind noch nicht fertig. Das wird deine letzte Lektion. Ah. Uh. Wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Oh. Wie zuversichtlich. Greif an, Rookie. Uh. 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 Du wärst ein, Gruppi. Hier, bringen wir's zu Ende. Bin nicht überrascht, dass du so weit geschafft hast. Uiuiuiuiui! Nicht schlecht, aber so viel hatte ich mit dem Zerwartet. Ja! Scheiße. Immerhin weiß ich besser als jeder andere, was in dir steckt. Ein verdammt der Schande, dass du die Wahrheit nicht erzählen kannst. Oh, nicht gut. What? Oh, bitte nu! Die Stärke ist alles. Die Schwachen können nichts beschützen. Das ist mir alles ganz schön hektisch hier. Wenn sie so weitermachen, gibt es bald nichts mehr zu beschützen. Oh, echt? Ich schobst dir. Genau da liegst du falsch. Komm, los, hoch! Ich wusste gar nichts! Jetzt! Schauen! Du kannst diese Macht nicht zu nahe! Stell dir vor, über welche Stärke du verfügen könntest! Und zu seinem Freak werden wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein! Irgendwo war da jetzt ein Messer oder was war? Kann das sein? Mhhh, Mange hoch! Komm, los, hoch! Wieso denn, Alter? Wieso denn, Alter? Dann mach! Fick mir raus! Ohne Messer kannst du auch nicht mehr blocken, Alter! Fortsetzen! Guss, Fraber! Wirklich! Guss, Guss, Fraber! Komm schon! Und? Bist du bereit, Rucki? Ja, bringen wir's zu Ende. Ich bin nicht überdacht, dass du es so weit geschafft hast! Stärke ist alles! Die Schwach können nichts beschützen! Das ist irgendwie so um, das ruhig! Gibt es bald nichts mehr zu beschützen! Früher hätten sie das gewusst! Genau da liegst du falsch! Ich wusste gar nichts! Jetzt schon! Och, er liegt nach! Er liegt nach! Und zu seinem Freak werden wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein! Immer versuchst du das letzte Wort zu haben! Komm her! Ich treib dir das schon noch aus! So, wenn ich anscheinend hier hoch klettere, habe ich wohl die minimale Chance nicht von ihm heruntergelacht zu werden! So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was haben wir da? Was? Warum geht der raus? Oh, ich hab' da mich gekriegt! Scheiße! Zeig mir, was du hast, das ich nicht habe! Vielleicht Explosivbolzen nutzen? Ich hab' leider keine Explosivbolzen mehr da! Oh! 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 Na, Alter! Oh! Niemals im Leben! Hätt' da ich gedacht, das sind Foto-Hater! Grazie. Grazie bene. So, jetzt habe ich sein Messer. Du Schwein. Oh, Boss von KiHari. Danke für den Follow. Zieht durch. Jawohl. Jetzt brauchst du noch nicht auf Kumpel machen. Oh Mann. Oh Mann. Und wir haben das Einsatzmesser. So, wir haben das stumpfe Küchenmesser. Das holen wir uns noch. Weil selbst das Einsatzmesser wird nicht ewig halten. Oh Gott. Ey, war das ein Akt. Wirklich, er hätte jetzt nicht gedacht, dass das überhaupt noch was wird. Aber ich habe auch keinen Bock gehabt, diesen Kampf überhaupt noch mal jemals zu machen. Weil er einfach ein absolut nervener Gegner ist. Und das mit den kläglichen Mitteln die Gabe, ey. Auf Wiedersehen, Herr Krauser. Bye, bye. Couchkommando. Ach komm, bei Fragas irgendwie. Du hast doch keine Ahnung, Junge. Du hast doch keine Ahnung, Junge. Da hügt er lieber tausendmal Golf mit dir spielen hier, als das hier nochmal zu spielen. Er ist wirklich... Ich bin halt ein bisschen missgelauert. Ne, stimmt tatsächlich ja nicht irgendwie das Spiel. Fackt mich ein bisschen ab. So. Schön, dass du da bist bei Fragas. No. Ich würde die alle platt machen, ich würde sie alle töten. So, und hier müssen wir hin. Tempel of Love. Das ist die Tütengang. So, ich muss mal ganz kurz hier mal ein kleines Bonbon lutschen irgendwie, weil ich ansonsten keine Stimme mehr für eine Herr habe. So, Ben, gib doch mal bitte mal ein Shoutout für das nette Couchkommando, was jetzt hier gerade rein reitet. Das wäre total lieb von dir. Badabum, badabam. So, Schießpulver nehmen wir. Und jetzt kann ich endlich mal wieder die Pistole nehmen. Och, guck mal, der Händler ist wieder da. Das freut mich. Du hast den Geruch des Kampfes an dir klebt. Willkommen. Willkommen. Angriffskraft. Also, willst du noch noch pippen? Denken ich. Ich denke nicht. Die gönnen wir uns jetzt mal. Fette Magnum. Willkommen. Willkommen, Stranger. So. Schön. Können wir die noch ein bisschen tunen? Ich würde ja nicht ein bisschen teurer sein im Tuning, glaube ich. Zwischen zwei Herren, die Mörtel ordentlich. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Englisch ist wirklich geil, mag den auch. Willkommen, Stranger. Naja, aber man kann ja das haben. Egal. So. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Für die absolute, absoluten Mottofall. ... ... ... ... ... Comeback any time. Ich finde es auch zum Kotzen, irgendwie, dass wir den, den Auftrag nicht einlösen konnten. Jetzt nochmal. Finde ich. Finde ich dagegen. Finde ich böt. Aber egal. Mann. Was losst du da? Macht das bloß nachher nicht. Ja, ich mach's ja jetzt extra. Ach, warte, 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 warte. Kannst du mich mal? Ich kann nutzen, was ich will. Oh Gott. Der steht an seinem scheiß Schütz hier. Uh. Jawohl, Junge. Black Hawk Down. Was war das? Er ist da. So läuft das, Freunde. So, wir haben Verstärkung bekommen. Das Airwolf. Alles klar, Mike. War Stau auf dem Skyway, wa? Wir haben's schuldig. Oh. Ja, macht's alle. Noch mehr? Oh. Wer hat mal nur an Deckung? Schönes Ding. Oh. So, Mike rastert's. Hoppala. Ach, ey. Mike haut jetzt mal hier alle weg. Ja, es ist so ein bisschen wie wir uns zusammen hier. So, zack. Ja, nach Hause weg, Mike, Alter. Ich weiß nicht, ob, was du wartest. Berecht der Loop ist. Natürlich, wieder zu spät. Adjessa, mein Freund. Adjessa. Ums. Oh, stimmt, man kann da rum. Von der Hohen. Aus, komm, Anno. Dankeschön. Für dein Abo. Boah. Jawohl, Alter. Na schön. Jetzt ist keiner mehr da. Das ist ja ärgerlich. Das blüht. Egal. Tschüss. So, und dann runter mit uns und ab ins nächste Level. Also, nächste Ebene. So, wir haben ja jetzt quasi, wir dringen jetzt in diese Festung ein. Und das wird hart. Wie ich sage es, wie das ist, Leute, das wird hart. Da muss jeder Schuss sitzen. Na, zieh durch, Kumpel. Oh. Komm mal, duck dich, duck dich doch mal, Junge. Bada bum. Na, so ist das doch los. Sehr geil. Na, gut. Na, gut. Na, gut. Na, gut. Gar nicht schlecht. Genau. Schön rein rasierender Ding. Wunderbar. Wadda. Schießpulver, ne? Nehmen wir mit. Erste Hilfe, Sprengen. Dankeschön. So, okay. Warte mal, haben wir jetzt ein bisschen Munition. Drei Schuss. Ach, da kommen wir nicht weit mit dem Biomarkt. Nehmen wir noch ein bisschen nachladen. Ich glaube, hier können wir jetzt auch nochmal schnell das Visier wieder ändern. Jetzt wird aber hoffentlich keiner von diesen Regenerator aus unserem Team kommen. Ach, du Scheiße. Oh, Luftabwehr. Mike, verpiss dich, Mann. Schnell, hau ab! Klar, Mann. Mike, zieh auf mich. So, schau dich mal rin. Wie inrin. Oh, natürlich. Ist die Tür abgeschlossen. Ist die Tür abgeschlossen. Mike, muss man noch ein bisschen aushalten. Muss erstmal looten. Achso, man kommt von unten rumladet, was? No. Oh, oh. Facehacker. Oh. Wie sieht's aus? Kümmerst du dich um das Geschütz? Ja, du, ich... Verstehste? Achso. 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 So, jetzt aber hier. Vayamos, compañeros. So, von hier muss man glaube ich reinkommen. Die ganze Wege immer erstmal aufräumen. Halt durch, Mike. Halt durch, ich komme. Sehr schön. Können sie fahren? Willst du nicht hoch? Bin für den Scheiße. Hier, außen. Ach, hau da ab. So. So, wie kommen wir denn jetzt hier an den Rand? Warte ab, bis ich nachgeladen habe, vollständig. Kannst du aber hier? Oh, in die Sonne! Los! Warte ab, bis ich nachgeladen habe, vollständig. Dann muss ich jetzt hier mit dem Schütz zerstören. Oh. So, du haust auch ab, Freundchen. Reload. Weg doch. Oh, Scheiße. Zugherr. Noch nie. Also, Tog, würd sagen wir brauchen den wirklich mal irgendwie, einen Geschütz oder irgendwas. Okay, okay, okay. Ein Schuss fehlt. Ach, shit. Oops, sorry. Ich glaube, zu dem müssen wir hoch. Zu dem müssen wir hoch. 18 Schuss in einer Pistole. Das ist seltsam. Hoho! Na jetzt aber! 23 Schuss! Was kostet denn die Welt? Wir zeigen den Spieß, um zu füllen. Kontakt! Jawoll! Die Luft ist rein! Danke, Kumpel! In Ordnung! Zeit für meinen Einsatz! So, was wird laufen! So, badabam, badabum! Haben wir! Oh! Munitioner, Munitioner, Munitioner! Was ist denn da los? Ach man, warum kalkt der hier nicht weiter rum? Was ist mit dir? Was ist mit dir los? Ich möchte das mitnehmen. Was haben wir da? Gern Munition! So, können wir hier noch runter schlonzen! Oh je! Oh! Das ist doch Grabenkampf hier! Grabenkampfgelux! So, mal das nachladen! So, okay! Wie kommen wir jetzt hier drüben? Oh! Oh! Alter! Der Mörtel, aber auch durch, Alter! Da kä- Oh! Hey! Hey! Wo kommst der? Wo kam er her? Wo kommen die alle her? Schön! So, jetzt müssten wir ja unten eigentlich durch das Tor kommen. Dann hatten wir helfen, äh, helfen wir. Ja, ja, leider, leider da nicht. So, scheiße. Ja, genau. Das, äh, stinke nicht, Tim. So, okay. Gucken wir mal, wo wir jetzt hier lang kommen. Oh! 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 Der Möchler. Hier oder bitte hoch, hier oder bitte einfach hier hoch. Dankeschööön! oh scheiße oh nicht doch, heikämpfen schade eigentlich, würde man erstmal durch hier nehmen in der Hoffnung, dass ich noch ein rotes Kraut irgendwo finde ja, auch schon wieder schnell runter hier wo, Akuviento, Alter hinter mir oh, schnell runter so, dann müssen wir jetzt hier mal ah, rote Kraut, sehr schön nehmen wir perfekt so, und wir haben grüne Kraut mit rotem Kraut und noch gelb mit oben ruf gute Mische so, hoch mit uns dann muss man schnell das andere Energie schnappen sehr geil so, wir müssen jetzt natürlich hier zwei Hebel, also zwei Hebel betätigen um, dass dieses Tor aufgeht und ich denke, dann wird es wieder schlimm dann gehört doch schon wieder so, das lief ganz gut ich traue mich ja nicht zu gucken ob es hier irgendwelche Schätze gibt aber ist mir jetzt egal so, runter und drüben hoch wir sind doch hier ein oh, scheiße nee, lass mal los lass los okay, cool den haben wir den Plan dann nehmen wir nämlich einfach die Penner und die können wir nochmal hoch da kann ich ja nix, ne ich hoffe, die ich jetzt nicht ans MG bin ich gesehen so oh, er ist schon dran oh, schießt er nicht mehr ist er leer? ihr habt da ne Munitionsanzeige? krass krass, ihr habt da jetzt ne Munitionsanzeige? ich hab keine Munen ah fantastisch einfach schön echt jetzt so, der Dicke da ist mir egal ich sitze hier hoch das Ding hat auf jeden Fall oh, scheiße hat auf jeden Fall noch Munen jetzt gehst du mal auf jeden Fall den Dicken ausschalten genau zwei Schuss noch na toll au so, Tor ist offen the door is open das ist zu mir jetzt noch einmal mit dem scheiß feiern, mein Freund geht doch geht doch ist schon ist schon also Leon ist schon ne Marke so okay schön, Hammer Hammer, Hammer okay, alle verwandeln sich hier lustig vor sich hin aber wir müssen uns um Ashley kümmern so cool das war wirklich auch noch ein nerviger Part irgendwie schön, dass der durch ist rein mit dir danke wenn wir zu Hause sind, geb ich ne Runde aus ich kenne gute Bar okay Mike gut so, runter das Köpchen schön langsam ah, okay Mike Mike nein scheiße ja, im Original ist er von einem Raketenwerfer runtergeholt worden Das Tadores ist jetzt unsteil.